so dass sind nun wieder und erkunden weiter locken ihn nicht muss die kann man die Situation finden gewann aber unter m das zu und Ladebildschirm das sind wir hergekommen durch den Titel ist das was ich denke was es ist ich habe und ich wusste es auch Silgrath vergisst Beleidigungen mehr dem Boxen wird es mal Tod diesmal zeige ich es dir ganz älterin wird Zeuge sein was Siegerts Faust vermarkten ja 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 bla 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 komm her man mit Blatt oh scheiße oh scheiße okay normal 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 hier gib mir ne Chance um ein ins Gesicht mitten rein oh das war's schon das war easy hau bloß ab was für eine Schande erst mal träumen die Luft schauen was für eine Schande für dich offene Rechnung erledigt was gehen wir hier was gibt's würfelt ihr möchtest du spielen na auf würfeln habe ich jetzt eigentlich eine andere kein Bock vor allem wenn es hier kurz vorm Ende ist lohnt sich würfeln na ne jetzt habe ich die Quest ne oh muss nicht sein das verschlüsselte Manuskript das brauchen wir ja bringt man okay das zeigt dir irgendwo hin wohin zeigt das aktuelle Quest ist das ja das zeugt davon auf den Kerl ne shit ich muss in die Kanalisation da finde ich diese Krallen wenn ich die nicht schon besiegt habe hey lass mich in Ruhe ähm da geht's nicht zur Kanalisation die muss woanders sein hier haben wir den Hund Inkredienzen 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 verdammt das muss man nur noch richtig sprechen können ähm ich glaub zu wissen wo die Kanalisation ist hab ich nämlich mal gelesen Flamme an Flamme aus so äh da hinter dem Ding ne da geht's rein aber ich brauch das schwarze Brett erst noch aber die Gargoyle Quest hab ich hier schon erledigt ne wo haben wir das schwarze Brett von Loc Muin das ist hier drin darf ich da rein da darf ich nicht rein nein steckt dein Schwert wieder weg lass es bleiben was ist los mit euch ah da ist das schwarze Brett ich seh's warum kann ich jetzt nicht speichern ah doch okay schwarzes Brett Auftrag von Gargoyle nehmen wir Herausforderung der starke Nummer äh ELEGANZE Wichtige Schein doch ihr sollt bestellen das machen wir auch ich beschwere euch erzakt der Magie erzakt der Magie ne das ist die Quest was haben wir noch Auftrag Gargoyles das haben wir ja schon finde und deaktiviert deaktiviert wo kann ich das abgeben die Fledermaus die Eule die Ratte ja 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 Hör auf zu rumzuschreien Königsmörder Pokergesicht Fische sind man das kriegt und Kräste Zaunbau ne das hab ich doch schon gemacht und die Karte und gebe ich das jetzt ab wie kann ich das abgeben da ist glaube ich keine Situation aber da bin ich nicht reingekommen Aua BAM 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 Sink der mich zuerst angegriffen hier will ich sein das ist nicht die Kalisation das ist einfach nur der Tunnel der ist verschlossen so der hat nur Orins getrappt der andere wo ist der andere gestorben liegt zumindest ein Schwert ne hm 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 ich brauche diese Schlüssel für die für die für die ja da kommen wir da außen rum ne da haben uns die die Kerle erwartet ich weiß nicht ich brauche diese Schlüssel hm ich könnte mal noch gegen diese Armee von Typen kämpfen da kriegt man nämlich ganz ordentlich Erfahrungspunkte für wo ich die Schlüssel auch finden könnte wäre hier jetzt gehen wir alle Türen durch ja das mache ich durch erste Türe da gehen wir jetzt erst mal durch wo kommen wir da hin da kommen wir da hin okay und so da kommen wir da hin da kommen wir raus glaube ich zum Schluss und da kommen wir dann zu den Kernen mit denen könnte ich nochmal reden oder ne 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 hier bin ich falsch hier bin ich falsch hä hä wie war das denn jetzt wie war das denn jetzt ja man verwirrend 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 muss weiter nach unten da waren die Türe da komme ich raus dann muss ich wohl die mittlere Türe nehmen ne hoffentlich komme ich jetzt zu den Kerlen war das hier bitte ja das war hier okay sind die Kerle überhaupt noch da unten vielleicht hat hier irgendjemand einen Schlüssel gedroppt muss doch irgendwo einen Schlüssel geben orens gibt es hier äh äh sonst nichts äh die Kerle sind hier nicht mehr ne ne verdammt verdammt wenn ich jetzt diese Schlüssel verloren habe ist nicht so cool komme ich hier denn irgendwo rein irgendwo runter da komme ich da komme ich durch da war ich noch nicht und das sieht mir sehr nach Kanalisation aus ja sieht schon mal gut aus kann ich sich ah das sind nur Indriagen verfluchte Bieste die kriegen hier das da die mögen das gar nicht so Indriagen haben wir schon alles ne noch mehr äh war das denn sofortiger Tod geht ab ich geh ab so ich würde sagen gehen wir erstmal schauen wir uns die Map an äh sind wir hier äh wenn wir da lang gehen äh wirklich Traubuchen wirklich nicht meine Kuhle Fähigkeit das stirbt einfach wie ihr da lässt langsam hallo Kuxa so die Hörner keine Chance sonst noch jemand ne so alles hier ist ein bisschen langsamer was haben wir hier Teil einer Trauburenrüstung Trauburenkralle brauche ich nicht Teil einer Trauburenrüstung für was brauchen wir das so das ist ne Waffe ne Rüstung Köstgegenstand Steinmedaillung Trophäe ne Traugentro Handwerk Handwerkszutat ja eine nehmen wir mal mit die Ohrens nehmen wir mit Stachel die Ohrens nehmen wir mit Stachel ist glaube ich noch so ein Ding zum werfen ne hier runter nehmen wir die Ohrens mit ich glaube jetzt haben wir alles Trau Trauguren achso Traugurenkrallen haben wir ja um Prozent Trollen und Druckung Rüstung okay 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 mit dem wir hier lang und kommen wir da raus wo kommen wir da raus geht noch Hallo Mooder heute die mögen kein Igni so Leichtfresser mögen auch kein Igni so weg so Mooder heute haben wir ja schon anders was wir brauchen und da ist Ende Gelände okay 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 da ist Ende das heißt den Teil können wir auch abhaken hier geht's auch nicht weiter ist auch zu aha Pechdraht geil hat sich gelohnt und was hat der irgendein Silberring und Gwinnelette was kann das Gwinnelette ist ein Silberschwert was schlechter ist okay weder nicht was hatten wir hier noch Neckarblut ne Nekrophagenblut Blumblut okay wo kamen wir her das sieht alles wieder ziemlich schön aus eigentlich kann man das verbrennen Nö ähm Moment da komm ich her da bin ich durch Moment wo kam ich her da bin ich rein da bin ich glaube ich also da bin ich rein bin ich da lang schon das sagt mir dass ich da schon lang bin ne hier war ich noch nicht was haben wir hier eine Kiste die ich nicht öffnen kann nett okay da waren wir dann hier kann ich das hier was verbrennen oder ne kann ich auch nicht verbrennen hier ist auch Ende gut ich glaube dann haben wir jetzt alle Wege abgegangen hier haben wir besiegt hier kommen wir her glaube ich zumindest da kommen wir her da kommen wir her ne was ist das Moment wer steht hier noch rum Felicitas irgendwer oder oder bin ich jetzt hier woanders gelandet ne hier komme ich doch her oder das ist hoch ja das ist der Raum ach die stehen oben drüber okay ähm bin ich jetzt hier gerade ein bisschen am rumirren aber jetzt schauen wir mal eigentlich müsste ich alles abgegangen haben da sind wir drin da da Garnetisationen aber keine Krallen gefunden schade 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 dann gehen wir wieder raus ich glaube ich war jetzt überall ansonsten habe ich ein bisschen verkackt finde die und deaktiviere den magischen Ziegel ja das habe ich ja gemacht alle drei von drei das war aber durch die andere Kanalisation komme ich ja nicht weil mir da die Schlüssel fehlen glaube ich zumindest schauen wir doch gleich mal nach ob ich das hinbekomme jetzt ist Nacht vielleicht geht es in der Nacht besser als am Tag da muss ich glaube ich rein hier muss ich rein ja hier geht es nach unten soweit so gut soweit so gut jetzt sind wir in der ja hier höre ich auch schon Monster ne aber ich komme hier eben nicht lang ne hier haben wir nur Moda heute wie viele von denen laufen hier noch rum wir schon so aber Moda heute haben wir ja schon alle den Kerl haben wir gelootet hier waren wir ja schon Schema Rüstung aus Ist warum ist da verschlossen machen wir die Türe auf wo kriege ich den Schlüssel dafür her warum ist die Kanalisation verschlossen ich brauchte auch einen Schlüssel der hat nur Orens dabei flucht ich brauch den Schlüssel hat einer von den Moda heute den Schlüssel gehabt liegt der Schlüssel hier ja ich doch mein Gott mein Gott nee kein Schlüssel kein Schlüssel für mich das ist schade und hier komme ich auch nicht durch wenn ich es verbrenne ich brauch den Schlüssel aber ich schau mir das ganze mal an im Internet und dann nur sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hoffentlich weiß ich dann wo ich den Schlüssel her bekomme bis dahin tschüss mir und tschau